Ja, meine Kartoffelfreunde und willkommen zu einer weiteren Tage! Minecraft! Ja, Alex ist auch dabei. Ja, man. Leider. Ich bin übertrieben müde, Leute. Also es tut mir leid, wenn ich noch gelangweilter als sowieso schon immer rüberkomme. Ich habe nämlich heute die erste Folge geschnitten und habe gesehen, ich gucke wie so ein nasser Waschlappen. Du bist ein nasser Waschlappen. Sorry, du Model. So. Ja, lass mal Knochen weiterfahren. Komm, raus. Ja, chill, Digga. Ich habe schon wieder diesen Render-Bug. Es wird gerade Tag. Lass in der Höhle bleiben. Hä, wieso ist denn das? Das check ich jetzt nicht. Stop, Kai, löst doch die Scheiße. Sorry, ich muss wieder Vollbild machen. Tut mir leid, dass ich habe mich vergessen, weil meine Mausbacken sind. Ich hatte das gestern immer auf 16, also Render Distance. Jetzt war es auf 17. Was geht denn ab? Lenden Zombie, ich fick den mal kurz. Komm mal her, ich habe was für dich. Hier, hier liegt was. Huhnhelm, huhn, yeah. So. Ich könnte sich der Hansi wieder freuen, weil der hat sich doch beim Battle immer beschwert, dass ich keinen Helm habe. Echt jetzt? Du hast keinen Helm? Nee. Hat er keinen. Lange, lange, lange Zeit, mein Freund, lange Zeit. Okay, raus geht's. Es wird gerade, oh ja, es regnet auch noch. Oh, oh, lol. Kurz essen? Nö. Ich mach kurz zu mir. Ich habe noch genug Essen, by the way. Ja, ich habe noch drei Porkchop, glaube ich. Oh. Noch ein bisschen ungebratenes Zeug habe ich noch, aber nein. Ja, das kannst du ja in die Öfen packen. Ja, wo bist du schon? Oben schon. Entschuldigung, ich bin echt müde, Alter. Ja, wir nehmen auch, also ich will schon mal vorher ansagen, Leute. Unterwegs. Ich bin auch schon hier eingeschlafen, Alter. Ich will euch nochmal hier kurz was ansagen, Leute. Wir werden wahrscheinlich, wir haben pro Woche 140 Minuten Aufnahmezeit. Da Alex und ich aber nicht anfangen konnten, weil ich nicht gewhitelisted war auf dem Server, da ist das Skelett, ähm, haben wir erst gestern angefangen, also sprich Montag angefangen aufzunehmen. Da haben wir beide leider nur eine Stunde geschafft. Und heute sind wir beide erst um neun nach Hause gekommen und der Server geht um, oh lol, ja super. 10 aus. Und der Server geht um 10 aus. Dementsprechend können wir leider nicht, also wir haben es jetzt, äh, 21 Uhr 27. Und dementsprechend können wir leider nicht die ganzen 140 Minuten aufnehmen, deswegen, äh, verzeiht uns, falls wir etwas hinter den anderen sind, was den Aufnahmeplan angeht. Aber, ey! Wo ist das, wo ist das, wo ist das? Wo ist diese Wichser? Ernsthaft, wo ist der? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ähm, ja, wir müssen jetzt eigentlich noch 80 Minuten aufnehmen, aber, ja, wie man es ja schon gesagt hat, das wird halt nix mehr. Ich weiß nicht, wo der ist, vielleicht war es ein Rack. So nachträglich, ja. Dürb jetzt. Da ist ein Skelett. Ah! Hier ist ein Zombie. Alex. Nicht so schnell schlagen. Perfekt. Ja, ja. War schon langsamer. Ähm, hinter dir war irgendwo ein Creeper eben. Aber ich hab auch gemerkt, wenn man nicht so spammt, äh, guck, wenn man jetzt so schlägt, dann macht er hier dieses, dieses so seitlich schlagen, also so sieht es zumindest in der Animation aus. Türkenkreis. Äh, la, 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 la. Warum fandest du... Oh, hinter die Hände. Ne, 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 ne. Warum fand ich? Die Folgen eigentlich gestern so witzig. Wie? Wieso? Hä, was? Na, du hast mir gestern geschrieben, oh, irgendwie fand ich die Aufnahmen voll witzig. Warum? Hm, ich weiß nicht. Erste Folge, erster Tod. Ja, und? Ist doch scheißegal. Wie gesagt, ich bin nur, ich bin nur fair. Den anderen gegenüber. Ja, ja, klar. Komm, das schneid ich auch wieder raus. Alles klar, was hat denn da für eine Ranger? Ne, ne, ich bin stehen geblieben. Der sollte er explodieren. Huch. Irgendwo ist ein Skelett. Jo, ich nehm hier noch... Das Chicken verpisst sich. Digga, ernsthaft? Da. Das wurde schwarze Schafe in der Familie. oh leu hier sind drei skelette ja die haben sich gegenseitig gefreut die die einfach alle alleine fickt creeper neben dir alex hat der fokus mich dann geht er ja nicht bei dir hoch chicken kreuz Junge runter mit dir Junge oh lol die ist tot warte mal wollen wir uns Hundis jetzt holen oder nicht nein das bringt doch überhaupt nichts hast du gerade gesagt dass die Hundis nichts bringen shame on you shame on you shame on you was machst du denn ja scheiß drauf dass wir brauchen noch ein kleines ding aber wir spielen doch plans mod wir brauchen die creeper ach das ist wie ich bin bloody beach sagt das doch witzig so macht man das boy halt dein mauer junge hier ja du tötest es wieder ich suche mal ein bisschen sie brauchen wir nicht beim so behindert also erste folge ich laufe auf so hohes gras zu sag oh oh wir haben ja ja aber wenigstens weißt du einzig ist der erste weg zur besserung und where the fuck are you ich laufe hier rum und ne gras ne ich hab dann auch in die folge so eingebaut ja ja zuckergras zuckergras genau also ich werde auf jeden fall vor meinem tod weiß ich nicht wo du bist also ich werde auf jeden fall vor meinem tod lass komm mal auf die freie ich werde vor meinem tod auch eh äh in zeitlupe ein und schwarz weiß einspielen pass auf bing und tot da ist noch ein skelett machst du die kuh mach du die kuh das ist eher so dein gegner ja das ist jetzt witzig ich dachte hat sie doch um mir gefunden das ist ja auch unsere höhle hier du 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 jetzt haben wir hinter dir gell du hast geschossen ne da oben ist ein äh ein skelett wo ah da ich seh es werdet es mir holen hallo verpiss dich das skelett war halt immer noch am leben aber juckt ihn nicht nice danke für die karotten willst mich jetzt ach du hast dich jetzt nix gesicht an absolut gar nicht ja will ich auch hoffen da ist noch ein skelettus maximus ja und ein zombie ja das ist eher deine krankenweite hab das skelett den zombie lass ich mal leben der hat heute ähm komm her see what you did there oh alter alex 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 da ist am start alter wir wissen ja immer noch dich ja dass wir hier wegrennen kommen ne ich bin wieder voll ganz schön digga was fokusten die dich denn so mann du zwerg alter so macht man das nur ein creeper digga die lab ich denn jetzt oh oh gut nur noch vier herzen läuft bei mir ja fress dich voll du idiot alter ja ich hab nicht mehr so viel essen ja was brauchst du denn steaks warte hier ne ich hab noch drei rohe das sind doch schweine lass die mal mitnehmen und schafe und deine mutter ist hier auch alter das bringt ja dann nicht so viel nein darfst du nicht ich hab doch noch gebratenes ja ich hab's jetzt rohe gegessen ja schwein komm her enderman das hat sich nach dem enderman angehört hinter dir ja digga was ist das denn hier voll die coole höhle ja tot ich nein ne der enderman komm was geht mit dem wasser alter ja hab ich doch eben gerade gesagt alter ohne witz ne eigentlich müsste man nicht einschließen ne dich alter renten ist noch eins jetzt ficken vielleicht auch nicht ok mein schwert ist kaputt können wir dich tun da sind ja noch zwei alter creeper creeper egal wie viele skelette hier auf einmal abgehen ne ja oh gott vier herzen vier herzen vier herzen habs gut ich kann mich grad nicht full essen alles gut ich mach das hier ja aber du könntest mir trotzdem mal gebratenes fleisch geben ja warte hier maus ist aus maus ist wieder an hallo ich brauch unbedingt nen neuen maus wo ist denn jetzt hin ich hab's nicht ja ja ist schon auf die eins gegangen so ok ich hab 13 knochen das brauch ich nicht das brauch ich nicht äh immer noch ich mach schon mal knochenmehl draus tu dies arschloch hab zwölf stück ich hab ne sprachnachricht von meiner freundin bekommen lese hör ich mir die jetzt an ne die hat gestern schon in der aufnahme gestört hä das hat doch gar nichts gemacht sie hat geredet und hat gestört gesagt hallo ich nehm mir auf hä darauf hab ich angespielt achso ach ja klar versteh ich verstehe nicht zurück in die base hier ach schloch ne warte lass erstmal hier die höhle checken einmal hier ist ja auch ab und zu was da oben ist auch guck mal hier ein skelett die bieben hä wo ist das ach da ich mach hier mal die fackeln ab ja vielleicht dann kommen wieder welche ne wie ist denn jetzt eigentlich lassen wir unsere base hier oder oder ich würd sagen erstmal ne oder ich nochmal eins respawnd wo hier im eingang also ich würd sagen wir können das erstmal so lassen weil ist ja nicht schlimm oder hast du hier 21 knochen mehr oder hast du hier irgendwie angst oder so irgendwas nicht wirklich ich meine ich halt schon ein offensichtliches loch so wo man reingehen könnte aber naja wer sollte denn bitteschön aus der wand hier was draus suchen finden so jetzt erstmal das ganze fleisch braten ja ich mach mal hier gell do you think about Da 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 da. Kannst du bitte neue Seeds setzen? Aber natürlich Marcel. Gar kein Problem Marcel. Immer wieder gerne Marcel. Der Bogen nervt in der Zweithand. Es ist langer Späb. Du kannst schon wieder rumgehen, ne? 49, 49 haben wir. Warte echt ewig so, bis wir Tamadias haben, Alter. Kannst du noch einmal durch gehen hier? Ja warte... Soooo although ich habe auch noch 26 Seeds. So, ja theoretisch könnten wir das ja auch ausweiten und dann parallel zu dem, was wir abbauen, immer noch wachsen lassen. Ich weiß nicht, ob das schneller geht. Keine Ahnung, also ich hab jetzt, äh, warte mal. Warte mal ganz kurz, Kim ruft an. Hier? So, na Schatz? Alles klar, mitten in der Aufnahme läuft bei ihm. Ja, wieso? Aufnehmen. Okay. Sag mal ganz, warte mal ganz kurz. Sag mal hallo YouTube. Wir haben einen Dia. Hi YouTube. Wir haben einen Dia. Was gibt's? Wir haben einen Dia? Oh ne, hat er nicht gesagt. Ein Step, ein Step, 13 haben wir, Digga. Ja, erzähl. Kurz kommt so raus, man braucht nur 10 Leitzen für einen Dia. Bär's, ey. Ey, ja klar, kannst du machen, aber dann musst du jetzt schnell sein. Erstens und zweitens, ähm, erstmal auf den Dienstag kommen. Bis gleich. Jetzt mitten in der Aufnahme mit uns. Hö, Falks. Tschüss. Ja, ich hab gewonnen. So, Kim kommt gleich in TeamSpeak, aber sie sagt nichts. Ja. Ähm, was hast du mir gegeben? Fleisch. Hä, ich geb dir doch auch nie was vom Fleisch ab. Ja, einmal mit Profis, mein Freund. Halt die Frasse. Ich will mal den Müll hier wegmachen, Alter. Usch, den ich mich brauch. Hinter dir ist übrigens einmal ne Küste. Geh mal weg da. Nö. Danke. Fick deine Mutter. Amina Sikirim. Äh, haben wir noch Eisen irgendwo? Ach, ich hab ja noch ein Schwert von dir. Ich hab Eisen. Fast alles gut. Ich hab noch fünf Eisen oben drin. Ein Stack haben wir schon. Gut. Ähm, warte, kannst du mir mal... Ach klar, ich nehm mir mal kurz das Eisen, ne? Ja, mach mal. Ein Eimer. Warte mal, haben wir nicht im... Aber wir haben im Backpack noch. So, ich hab jetzt zwei Eimer, dann mach ich, äh, die mach ich voll Wasser. Warte ganz kurz, ich muss kurz raus tappen. Ähm, ja Leute, jetzt werdet ihr Kimpchen lernen. Hallo. Hi. Und tschüss. Nee, das geht überhaupt nicht. Und schon ist sie gemutet. Ah, nee, doch noch nicht. Doch, jetzt. Ah, ja. Sie macht sich ganz stumm. Ah, nee, doch nicht. Voll verwirrt gerade. Ähm, ich hol noch mal Wasser, damit wir unsere Farm ein bisschen ausführen können. Äh, weil sonst haben wir echt ein Problem demnächst, ne? Wir sind schon bei 15 Minuten. Ich würd gern mal diese komische Höhle da, ähm, untersuchen. Dieses Wasser, scheiß, scheißen Dreck. Wollen wir mal versuchen, nächste Folge eine andere Basis zu finden? Äh, jein. Naja, nicht zu weit weg, aber wir können ja doch uns so ein bisschen bewegen, ne? Ja, schon, aber das Problem ist, wir haben halt nicht wirklich gutes Eclipse, ne? Wir haben normale Schwer. Alex, drück mal Tab, bitte. Wer ist auf dem Server? Ja, ach so, ich dachte jetzt, weil wir ja danach nicht mehr aufnehmen, aber gut, wir haben ja noch ein bisschen, dann, ja. Ich mach jetzt nur die Basis hier einmal ein Stück. Sorry, ich bin zu müde gerade. Ja, halt dein Maul. Also, wenn wir jetzt fighten müssen, Alter, das wird nicht gut ausgehen, vielleicht, ja. Du wirst nicht gut ausgehen, Alter. Okay. Ja, du hättest schon mal anfangen können mit der Farm, ne? Arschloch. So, ich hätt Farben bauen sollen, na gut. Ja, denk doch mal mit. Kennst du mich doch? Ich weiß, ja, Kim ist hier, Mädchen sind da, jetzt wirst du wieder voll nervös, ne? Ich weiß, ich kenn das doch. Was? Ja, du bist die Größe. Hast du genug Sand? Hast du genug Erde? Hast du genug Dreck? Ne, ich hol mal welchen. Also, ich hab nur Dreck im TeamSpeak, aber... Ja, dein Penis ist Dreck, Alter. Ne, der ist schön. Oh, lol. Dass das jemand von seinem Penis verhauptet, ist mir aber noch neu, Alter. Na gut, das schneiden wir raus. Ja, auf jeden Fall. Das piepen wir raus. So, Kim denkt sich auch, oh Gott, wäre ich bloß niemals TeamSpeak gekommen, Kappa. Ich kann hier nicht weiter. Ja, weil du ein Opfer bist. Du bist zu fett, Alex. Ich hab gekloppt. Als ob ich hier nicht weiterkomme. Ich will gar nicht wissen, wie deine Aufnahme jetzt aussieht. Wahrscheinlich bin ich nur hängen geblieben. Auf jeden Fall. Ja. Ohne Zweifel. Ich hab ne witzige Idee. EGAAA! HÖ! LOL! Was ist denn? Bist du jetzt gestorben, oder? Ne. Jetzt geht's. Das hat mich grad verwirrt hier. Ähm, die Steinhau. So. Äh, Tauwesert. Ich hab einfach zwei Stack Erde. Äh, ich bin schon lange fertig, ne? Aber... Pfff. Okay! Ne, ich hatte noch einen kleinen Plan, deswegen. Mh... Die Pfeile hol ich... Ups. Ja, klar, die Pfeile hol ich mir noch raus. Mh... Ja, ich fang schon mal an, hier weiter zu pflanzen, ne? Okay. Pflanze unser Seed, Digga. Junge! Ach, du bist ein Idiot, Alter. Was denn? Ja, guck doch mal, du hast alles rausgeholt, weil du die Fackel rausgeballert hast. Ich hab das Licht ausgemacht. Wow! Ja, deswegen fliegt das raus. Du musst... Du musst... Ich nicht. Was hast du denn genau vor? Bier? Nichts. Warum hast du denn hier noch alles ausgebaut? Ich hatte Bock drauf. Oh Gott, Alter, ohne Witz, ne? Einmal mit dir im Team! Ey. So, komm mal mit. Äh, warte ganz kurz. Ähm... WP... Die kommen weg. Ähm... Die kommt weg. Das kommt weg. Chill, Digga. Stress mich nicht, bitte. Ich brauch Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Junge, ich seh das, ne? Weiß, deswegen mach ich's ja. So. Beim schielenden Charakter. So, auf geht's. So, und zwar... Warte, ich würd mir gern noch ein neues Schwert machen. Wollen wir jetzt ne kleine Fake Base machen? Oh, ne. Mit Fallen und so? Oh, du bist so intelligent, ne? Der Maul. Wir haben doch Lava da vorne. Ja, aber... Ne, nicht mit Fallen. Einfach nur so zu... ...zu Ablenkung. Ja, aber dann wissen sie doch, dass hier irgendwer in der Nähe ist. Du Eumel. Schalt. Nein, Mann. Die denken dann hier, was ich hier mal gucke. Hier unten. Wir bauen jetzt hier auch so ne kleine Farm. Nje. Digga, ich verballer doch nicht mein Weed, Alter. Ja, ne. Wir pflanzen ja auch keins. Okay. Du bist echt confusing, bitch. Weiß, ich weiß, ich weiß. Sorry, booooi. Kannst du mir gefallen tun und das selbst machen und ich suche ne andere Base? Das find ich fair. Gut, tschüss. Ja, stört mich. Tue ich nicht. Nicht so wie letztes Mal. Ich bräuchte halt noch Wasser, ne? Weißt du, was wir bräuchten? Mehr Eisen. Weil unsere Rüstung langsam den Geist aufgibt, by the way. Ja, ich hab keine Eisenspitzhacke und kein Holz gerade. Wow. Bei mir läuft auf jeden Fall. Ja, ich renne nochmal so ein bisschen Richtung... Hier geht's immer höher, weiter hoch auf dem Bügel. Oh mein Gott, das Folgende ist erreicht. Ich muss zurück. Ah! Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren die 20 Minuten. Danke, dass ihr vorbeigeguckt habt. Alex, ich glaub, ich find den Weg zurück nicht mehr. Hallo, Alex. Ist ja egal. Ihr wisst ja, wenn's mir gefallen hat, zeig ich's mit einer positiven Bewertung. Wir sehen uns in der Wienkluft-Folge. Bis dahin. Oh, der, oh. Pua. 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 Pua.